Das Jahr 2020 ist sicherlich von Corona geprägt, aber bei uns im Kindergarten sind auch die Abschiede sehr spürbar. Zum Beispiel auch von unserem liebgewonnenen Feuerwehrkommandanten, dem Thomas Bauke. Der Thomas Bauke war über viele Jahre lang auch für uns im Kindergarten zuständig. Ob es um die Sicherheit gegangen ist oder wenn unsere Kinder sich wieder mal die Feuerwehr im Haus gewünscht haben oder dass sie wieder mal das Feuerwehrhaus besuchen dürfen. Es waren viele gemeinsame Erlebnisse, von denen die Kinder sicherlich noch in vielen Jahren erzählen und unsere Bilder sicherlich auch vieles beschreiben. Wir wünschen dem Thomas Bauke auf dem Weg schon mal alles Gute und wir wünschen uns, dass er die nächsten paar Tage mal immer mal unseren YouTube-Kanal anschaut, weil da geht es noch mehr um die Feuerwehr, um das alles, was unsere Kinder an dem Thema so fasziniert. Knister, Knaster, Ungeheuer In dem Ofen brennt ein Feuer In der Pfanne schmort der Fisch Er kommt gleich auf den Mittagstisch Knister, Knaster, Ungeheuer In der Erde brennt ein Feuer Doch spritzt es aus der Erde raus Zerstört die Glut gar jedes Haus Knister, Knaster, Ungeheuer In dem Wald, da brennt ein Feuer Brennt voran mit schnellem Schritt Was es kriegt, verbrennt schnell mit Knister, Knaster, Ungeheuer In dem Stall, da brennt ein Feuer Alles brennt hier lichterloh Das Holz, der Wagen und das Stroh Knister, Knaster, Ungeheuer Lodernd brennt das Lagerfeuer Es erhellt die dunkle Nacht Während jeden, der hier Pause macht Knister, Knaster, Ungeheuer Im Kamin, da brennt ein Feuer Es wärmt das Zimmer, wärmt auch dich Es wärmt die Katze und auch mich Der Wagen, da brennt ein Feuer Kontroll, da brennt die Kamin, da brennt das